Hallo! Hi! Willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von den letzten auf Zelda Link's Awakening! Schön, dass ihr wieder eingestellt habt, liebe Leute. Ja, schön, dass ihr auch da seid. Also mir gefällt's, aber ab für den Moment bin ich voll verirrt, das macht mir traurig. Ah, ihr habt große Elgen und zwei große Rote Augen. Ich frage mich auch, wie man da durchkommt. Warte, schau, es gibt ja diese praktische Karte. Hm. Und ich muss da durch. Aber da gibt es diesen Waschbär. Das hast du gut erkannt. Der Waschbär, der nervt mich. Aber ich weiß nicht, wie ich am Waschbär vorbeikommen soll. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem und das ist kreativ. Hier gibt es die Fliegen, die nerven. Uff. Oh, du fällst da andauernd in diese Dinger rein. Nein, ich versuch einfach da durchzukommen, aber... Ja, dann probier das irgendwie anders. Aber man kriegt schnell Herzen. Das ist praktisch. Ja, Einsturzgefahr hab ich auch gelernt. Du bist echt ein Aids versperrt. Ich hasse nicht. Na, der war am letzten paar auch von da. Ich mach lieber Rocket von Guardians of the Galaxy. Und eine Schande. Er kennt nicht Guardians of the Galaxy. Doch, ich kenne das Wunsch im Namen. Ja, das ist ganz klar. Aber ich hab schon nie gesehen. Es gibt so... Aber es ist mal, ich sag so, was passiert. Aber soll ich jetzt noch mal versuchen, nur durchzunehmen? So, ich hab jetzt überlegt halt, wo du es seit dessen... Du hast den Kanzler. Wir sind tausend weitere Möglichkeiten. Warten. 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 Hier, wo glaube ich nicht, dass man durchgehen kann. Ich glaub schon, dass man irgendwie da sind da oben durchkommt. Das ist aber einfach nicht weh. Na, es wird man auch sprechen, einfach wieder mit den Fee. Genau, es wird mit der Fee vielleicht kann sie dir helfen. Nee, kann sie nicht. Ey, kann sie nicht. Kann Grund, die Fee Klasse ist... Wir zu beleidigen. Die Fee, die die Fee, die dennoch sehr... Müsst die Sädern, auch mich springen. Au, kleine Runde. Direkt zu mal, äh. Nein, ich seh, Fuck. Nein, ich seh. Beleidigung am Start. Soizid! Das bringt mich an, dass das Geld dir so viel lieben. Aber ich weiß einfach nicht, wohin nicht gehen soll. Das ist so eh. die Arbeit trotzdem bisher andauert um es zu bringen ja das ist Prozent jetzt hier auf dem Ort das hat das ist nicht hat das ist einfach erst das zweite Part weil sie das bald den Tälzen weit und machten es sind so ich glaube ich habe ein paar IQ mehr gewonnen gerade eben nur das Storz oder du die Wettbewerb verhältlich Prozent der sehr toller Spitznahme dafür es aber er sieht aber echt aus wie ein Kondom die Frage war er weißt du wenn Kondom aussieht was hat irgendwas zu sagen ich sag lieber nichts zum Thema Kondom ja das ist ich sag nur das hier das wird legendär was ist in dem zweiten Part krass passiert am besten für die die den zweiten Part verpasst haben nochmal zusammenzufassen da kann man dich ja bis heute Wasbär nennen ihn Aids Wasbär ja da kann man der Aids Wasbär soll man den Part auch nennen der Aids Wasbär aber ich finde einfach nicht das ist sehr kritisch ich suche einen Pilz Joachim Säger du fehlst ein Pilz auf deswegen suche ich überall nicht zu stören ist bis ich den Pilz gefunden habe das kann dauern das kann dauern und es kann aber auch sehr springen Entschuldigung das Ding ist doch ein Wasbär oder da steht Wasbär drauf wenn man ihn anspricht also streng mal deine kleinen Gehirnzellen an das ist jetzt aber ganz schön es gibt von diesem Zelda Wasbär kein kein einziges Bild nehm ich jetzt diesen Wasbär nehm ich jetzt diesen Wasbär nehm ich werde ich erst den Tablet sehen von dem Part 2 äh was glaube ich ähm ja ich hab dann der erste Mal das Tablet dafür gefunden verpiss dich da steht der Feuer unter dem Hintern ich hab einfach auch keine Kraft das ist natürlich sehr kritisch ich bin einfach warte vielleicht geht es hier nicht in den Zauberwald direkt weiter ich glaub schon dazu ich hab grad so das war ein Moblins aber ganz krass Uff ne Schau mal, was man da kaufen kann. Servus! Grüß dich Gott! Wollte sich durchgehen. Höh? Loxus-Schaufel? Loxus-Schaufel. Ich hoffe, das haben die gerade nicht gehört, was du da angemacht hast. Nein, das höre ich nicht. Ich bin gerade lockiert. Das nervt schon ein bisschen. Aber hier gibt es so ein wunderschönes Telefon. Ja, hier, Ulricha. Stopp! An dieser Stelle mal ganz kurz, äh, lesseln. Ähm, Moment. Dann drückt man den Text weg. Bei der Text weg ist, machen wir es dann. Ja, wir machen nämlich immer schon das Thumbnail. Nein, das machen wir nämlich jetzt in den Videos. Los, und jetzt, lesseln. Danke. Bei dem Partner mir irgendwie das, das Telefon oder so. Ist sehr gut geworden. Ist mir egal, ich haue jetzt auch für alles. Oh, da gibt es so einen Apfel, der noch nicht reifert ist. Uff. Unreifer Apfel. So, am ersten Part, am ersten Tag kommen mal zwei Parten raus. Danach. Und danach nur noch einer. Aus politischen Gründen. Ja, aus zeitlichen Gründen, will er. Ey, ich, würde es gerne beschleunigen, ist, Mensen in, in Oktober dann fertig gekommen. Aber es bekomme ich hin. Hätte ich auch gern. Weißt du, was ich auch gern hätte? Was? Geld. Geld kann man immer gebrauchen. Uff, da flext du mit deinem Geld. Nee, jetzt bin ich wieder richtig mit dir drin, weil es macht mir Spaß, einfach die Topmelze so erstellen und schlagen mich tot, also. Was macht mir grad Spaß? Ist überrecken. Nichts zu finden. Sag mal, es ist doch Geld aus der zweiten Parten, vor allem der Waschbär, alter. Der Waschbär, sein Schwanz sollte meinen Arsch... Äh, meine... Meine... Junge, was hast du da gerade hier gesagt, alter? Die armen Live-Sue, äh, live-Sue sagst du, und die armen Susauer. Die werden ja komplett, ähm... werden komplett verstört sein von dir. Ja, vollkommen zerstört, gell? Verstört, habe ich gesagt, aber wahrscheinlich eher so leer. Äh, ja. Sie ist ja noch so jung. Haha. Ach, das macht mir auch so viel Spaß. Ja, stundenlang alles, ähm... Das heißt, was man dann behalten müsste. Wenigstens habe ich den Jorobin bekommen. Da war ich hier gar nicht. Was muss man da machen? Was ist das? Agent, äh, was krass ist, I would say. Aber weiter komme ich jetzt nicht damit. Das gefällt mir ja so gar nicht. Da musst du mal legen, selbst ist der Mann. Da kann ich dir nicht helfen. Andere schaffen das auch. Ja, andere schaffen das, aber die haben ja wahrscheinlich auch so niedrige, was die Kuh. Aber ich glaube, so ein, äh, Zauberwald ist und ist gar nicht mal so eine verkehrte Adresse nicht. Aber das Problem ist mit dem Waschbär. Ich will aber nicht cheaten, ne. Ich will aber nicht cheaten, ne. Du findest den Schlüssel zu jedem Ort hier in diesem Wald, aha. Und da kann ich doch wohl das Hauberwald die Restige Adressen. Ich habe einfach alles geschaut, dass es jetzt ist das Problem. Warte, es ist so schnell, wenn man so macht. Nein, das ist nicht. Da verreckst du nur, nochmal gesagt. Ja, aber okay. Warum sind die Äpfel sind voll komisch bei diesen Apfelbaum? Das sind halt Äpfel. Es gibt dann solche Fliegen da, die in die Äpfel nehmen. Ah, hier? Ja, ich habe leider deshalb eine Inversion von Fliegen bei mir im Keller. Ich sollte, ich sollte, ich sollte mal schauen, dass die hier wegkommen. Weil die stört mich, dass ich auch nicht fliegen. Das ist mir egal. Ich bin zu heftig für euch alle. Ich zerstöre alles. Uff, das ist Herr in der Alli, ist zerstört. Wäre besser, fuck. Nein, bleib da, wo du bist. Ja, du kannst auch die Lache sehr schön nachmachen. Ich flipp so aus mit diesem Waschspiel. Das ist Part 3, oder? Das ist Part 3, oder? Das ist Part 3, oder? Das ist Part 3. Nee, Part 4. Nee, das ist Part 3, gerade. Stimmt so. So, ich bitte ein bisschen, aber das ist fest Regierung im Wald hoch Hern, das ist mir schön. in jungs der die schlussbauer schluck gerade förmlich aus piste ich verpasst du dich auch du musst noch mal den ganzen wald durch kämmen und dann wirst du das ich habe aber den ganzen scheißen wald durch geforstet sonst machen wir eigentlich auch so die anderen typen machen einfach die brennen den regenwald ab und danach können die ernten da drauf das geht auch oder das war auch gut zu sagen mein weinut jetzt regenwald abholzen keine gute idee aber wie soll man damit zu durchgehen sonst am rand so nein nein da geht es so nicht durch glaube es und in der mitte fest auch und oder wenn du bist du so balancieren das habe ich ja versucht schon ja okay fällt es runter ja irgendwie zu den ganzen herzen kann verlieren ich kurz vorangehen aber wenn jetzt ein gegner kommt bist du okay dann macht man einfach so ganz kleinen herz aber jetzt habe ich ja nicht alle leben lass mich deine wunden heilen das war die ganze die diese augen ja aber vielleicht hat es mir was gebracht aber wie heißt es schön danke liebe fähe einfach mal danke sagen nein ja oh ja bei jeder kleinsten klein ist das Fall doch gar nicht noch sie mal reihe da gibt es weiter Hör auf damit jetzt! Sofort! Mann! Kann man den Stein trechen? Nein! Wir sind hier nicht in Minecraft! Was? Aber nicht nur in Minecraft kann die Streine brechen. Das hast du sehr klug erkannt. Warst du hier schon? Nein, da war ich nicht! Doch da war es dann tatsächlich komisch über das Kondom. Ja, überleg dich! Aber ich habe deinen Scheißpilz nicht gefunden, du Scheißhexe, Mann! Ich habe keinen Bock mehr! Hohrensohne! Naja, irgendwo wird es weitergehen! Das wird so ein langweiliger Part sein für alle! Ja, aber der endet das mit nur ein paar Minuten! Was ist das denn einer? Das ist immer der gleiche einfach! Und damit kannst du alles und jeden umlegen, aber da kommst du trotzdem nicht! Du hast da mit! Was? Die abfällst du noch durch die... Aber was ist das denn, ob du Stein damit wegheben kannst? Was ist das denn, ob du Stein damit wegheben kannst? Was ist das denn, ob du Stein damit wegheben kannst? Ups! Nö! Ich gehe auch nicht damit! Ich gehe auch nicht damit! Es geht damit! Es geht damit! Ich gehe auch nicht damit wegheben! Dich sind immer so da, so! Ist gut! Warst du hier schon? Ey, hier war ich auch schon, aber auch mit den Steinen hier habe ich das nicht gefunden, keine Ahnung. Außenrum? Hier aus, man! ich hab da fällt dir irgendwas pass auf hast du die fledermaus gesehen ich hab's nicht da gleich noch mal rein wenn es weiter machst aber schau mal die öffnung ist ja vorne ja da bekommst du ja noch irgendwas in laufendig spielst du da so hinkannst verstehste war mir klar das ist ja vom begriff in uns jetzt da gibt es ein paar von denen kannst du dann das wert so stecken aber mehr kannst du ja nicht machen ich glaub ich komm von da oben raus einfach ich bräuchte etwas ich geh mal zum ich muss ich geh mal zum shop und dort vielleicht kann man sich so eine art bombe kauft genau das sehen wir allerdings im nächsten part herzen dank fürs hohes langweiliger part der nix nützt ne wir nennen es einfach auf der suche oder so keine ahnung macht's gut bis nächstes mal wir sind raus und ciao bis 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 zum nächsten Mal.